Schöne Grüße aus der Genusszone. Da wir zurzeit so schönes Sommerwetter haben, zeige ich euch mal ein paar Milchshakes. Für den ersten haben wir hier folgende Zutaten. Wir haben hier einen kräftig gekochten Kaffee, Milch, Kokosmilch und Vanilleeis. So, das Schöne bei Milchshakes ist, das geht alles schön einfach. Man muss sich nur die Zutaten zusammengraben und dann kommt alles in ein hohes Gefäß. So, Eis dazu. Und dann wird das Ganze einmal durchpüriert. Wer natürlich einen Mixer hat, hat es noch einfacher. Der macht alles im Mixer, schaltet ihn an und dann ist er schon fertig. So, wenn dann die Konsistenz noch ein bisschen zu dünn ist, dann kann man einfach noch eine Kugel Eis mehr dazu geben. Dann wird das Ganze noch ein bisschen dicker. Ich fette mal ganz drauf an, ich habe jetzt keinen Kugel-Ausstecher, wie groß jetzt eine Kugel ist. Naja, und wenn es dann die gewünschte Konsistenz erreicht hat, füllen wir das in schöne Gläser und dann heißt es schon guten Appetit. Applaus Musik Musik Untertitelung. BR 2018